Hey, hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Oh, aber es ist doch alles in Ordnung. Was hast du denn? Oh, bitte, bitte mach dir keine Sorgen. Es ist Zeit, dass du zur Ruhe kommst. Atme mal tief ein. Und wieder auf. Ein, hoch, aus. Es ist Zeit, dass du dir eine Pause nimmst. Du hast wirklich genug getan. Du bist super, super, super gut vorbereitet. Mach dir keinen Kopf. Ich glaube fest daran, dass du bestens vorbereitet bist. Bitte habe keine Angst vor der Prüfung. Klausur vor dem morgigen Tag. Du bist bestens vorbereitet und würdest dich nur verrückt machen, jetzt noch weiter zu lernen und zu üben bis tief in die Nacht. Gönn dir lieber ein wenig Entspannung. Und wenn du dich jetzt ein wenig entspannst, deinen Puls runterfährst und einfach Zeit für dich genießt. Wie klingt das für dich? Genau richtig, habe ich mir doch gedacht. Ich helfe dir gern. Also, falls dir meine Hilfe gefällt, lass mir gern eine gute Bewertung da. Schreib mir auch gern eine gute Bewertung. Und folge mir. Abonniere gerne, dann bin ich gerne auch öfter für dich da, um dir zu helfen. Also, ich würde sagen, sit back, sit back, sit back and relax. Lausche den Geräuschen und meine Stimme. Okay, als erstes habe ich hier ein Abschminkwasser, um ein wenig die Schminkreste von deinem Make-up zu entfernen. Beziehungsweise den Alltagsdreck, den man so ansammelt, wenn man unterwegs ist. Okay. Super. Das sollte... Sehr gut, wirklich sehr gut. Und sieh mal, wie dreckig das geworden ist. Als nächstes würde ich dir gerne... ...deine Haare zurückklipsen, okay? Ich habe diese wunderschöne Ha-Klammer hier. Was sagst du, gefällt sie dir? Du kannst sie gerne behalten, sie ist ein Geschenk für dich. Sieh sie als eine Art Glücksbringer für deinen großen Tag. Okay. Ja. Das sieht gut aus. Ich habe vergessen. Vielleicht kennen wir vorerst noch deine Haare, ja? Und danach... ... ... ... ... ... ... ... Okay. Sag Bescheid, wenn ich dir weh tue. Wenn es zieht. Sehr gut. Sieht wunderbar aus. Das ist eine Schneeflocke. Vom Design. Ein winterliches Design. Und weißt du was? Bei uns hat es heute geschneit. Und, ja, ich war schon im Schnee spazieren heute. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Ja, wunderbar. Sie stehen dir wirklich ausgezeichnet. Nun, ich würde ganz gerne noch ein wenig Haarpflege auftragen, okay? Die Haarpflege hier ist von L'Oréal Paris Elvital Hydra Hyaluronic. Das ist meine, ja, persönliche Favoriten-Hair-Repair-Reihe. Ich benutze sowohl Shampoo, Spülung und diese Overnight-Mask und die Sprühkur. Und riech mal, ich finde ja, die duftet unfassbar gut. Und wie gefällt sie dir vom Geruch? Oh, fühlen sich deine Haare schon gleich besser an, oder? So, sehr schön. Und du warst morgen auf und hast wundervoll riechende Haare, die geschmeidig weich sind und glänzen. Ich habe hier noch diese Gesichtsmaske. Das ist eine reinigende, reinigende Gesichtsmaske. Und zwar ist die mit weißer Tonerde und Zink, 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 Zink. Dazu habe ich hier noch diese Augenpads, die man selbst mit einem, ja, Gesichts-Serum aufträgt. Also, die sind komplett ohne. Dann drückst du ein Serum auf und dann drückst du die Augenpadsches ab. Hey, hey, hey. Bitte hör auf, darüber nachzudenken. Ich weiß, du wirst das wunderbar machen. Du kannst das. Du schaffst das. Du bist großartig. Du bist einzigartig. Du kannst alles schaffen, was du willst. Ich habe hier den Pinsel, mit dem ich deine Gesichtsmaske auftragen möchte. Ich habe hier den Pinsel, mit dem ich deine Gesichtsmaske auftragen möchte. Ich habe hier den Pinsel, mit dem ich deine Gesichtsmaske auftragen möchte. Wie fühlt sich die Maske bisher in deinem Gesicht an? Erfrischend, auf der Haut vielleicht ein Kribbel, 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 Kribbel. Ich glaube, wir haben alle Stellen erwähnt. Bei'ificaciónen Fleck-Kribbel, Kribbel, Kribbel, Kribbel. Ihr könnt euch herausfinden. jetzt Ich habe hier das Serum, was wir verwenden werden. Es ist das Repair Serum und der Repair Hero wird dir über die Nacht deine Augenringe wegzaubern. Ich habe hier den Augen geflogen. Tick 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 tick. Okay. gut, schön, laut und angere sieben Es wird sein, dass wir Nummer 1 anbringen. Und Nummer 2 auch einmal lächeln. Hey, ich weiß, du bist stark genug. Hör auf, darüber nachzudenken, du wirst das großartig. Und klasse machen. Und selbst eine Niederlage ist nicht der Weltuntergang. Denn diese Niederlage definiert dich nicht als Person. Du bist großartig. Du hast tolle Ideen und du gibst dir so viel Mühe. Bitte vergiss niemals, dass du wunderbar bist. Und dass du nach dieser Niederlage aufstehst, deine Krone richtest und weitermachst. Denn am Ende lohnt sich der Weg, den du gegangen bist oder gehen wirst. So. Wir lassen deine Maske ein wenig einwirken. Und in der Zeit schließt du deine Augen und heuchst einfach nur den Trigger und den Geräuschen. So. 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 Das war's für heute. Du darfst deine Augen gerne öffnen. Ich vermute, du weißt genau, was zu tun ist. Ich vermute, du weißt genau, was zu tun ist. Ich vermute, du weißt genau, was zu tun ist. Tick, 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 tick. Tick, 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 tick. Hey. Ich bin wirklich, wirklich stolz auf dich. Du hast das super mitgemacht, doch es wird Zeit, deine Maske abzunehmen und dich für deinen erholsamen Schlaf vorzubereiten. Ich habe die Maske abzunehmen und die Maske abzunehmen. Ich habe das sehr, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, dann nehmen wir noch die Augenpads ab. Und das letzte, ich habe mir als letztes noch ein Lavender-Vanilla-Relaxing-Relaxing-Relaxing-Relaxing-Buddy-Spray von Victor. Und das ist ein Schuss, der Läufer-Vanilla-Vanilla-Relaxing-Buddy-Spray von Victor. Hier ist es ein Schuss, der Läufer-Vanilla-Vanilla-Vanilla-Vanilla-Vanilla-Vanilla. Ich sprühe es dir ein wenig an und vielleicht auch ein wenig auf dein Kopfkissen. Lavendel hat eine sehr beruhigende Wirkung und wirkt auch schlaffverdammend. Ich liebe diesen Doft und sofort etwas beruhigendes. So, sleep well, sleep well, sleep well, good night.